Hallo zusammen, hier nur ein kleines Update, was jetzt in den letzten Tagen so los ist, weil es zu wenig Videos sind, für diejenigen unter euch, die nicht auf Twitter zum Beispiel unterwegs sind. Ich bin krank, also hoch und runter jetzt schon seit zwei Wochen knapp. Vorteil am Anfang war, dass ich noch einen recht großen Puffer hatte, aber diesen Puffer habe ich jetzt aufgebraucht. Das heißt, auch bei Skyrim wird es jetzt wesentlich weniger werden, weil ich mich meistens nur für ein, zwei Videos zusammenreißen kann, wenn überhaupt. Also das wird weniger werden und auch die anderen Projekte nur holprig zwischendurch immer mal wieder was, so lange, bis sich das komplett auskuriert hat. Ist ein bisschen doof, weil ich habe eigentlich richtig Bock, Skyrim zu spielen momentan, aber lässt sich halt nicht ändern und wollte euch hier nur Bescheid sagen. Wobei ich wirklich nahelegen würde, auf Twitter auch mich zu verfolgen, auch wenn es mal so komisch klingt mit Abonnieren, was weiß ich. Aber Twitter ist echt praktisch, weil dann kann ich halt da kurz sagen, ich bin krank, es kommt weniger und da weiß jeder Bescheid. Weil jetzt spekulieren dann gleich viele Gerüchte rum, was, hast du jetzt keine Lust mehr oder was weiß ich. Das hat damit nichts zu tun. Ist einfach nur eine doofe Schnupfnase. An sich sonst noch irgendwas Neues, wo ich gerade so dabei bin? Nämlich wirklich. Also das Projekt kommt super an, macht ihre Spaß. Faktorio nähert sich langsam dem Ende. Ich versuche jetzt gegen Ende noch ein bisschen rum zu experimentieren mit den anderen Mods, das wurde vorgeschlagen. Zum Beispiel das mit dieser Panzerarmee fand ich ganz lustig, auch wenn es leider nicht gut so gut geklappt hat, wie geplant. Fallout nähert sich ebenfalls dem Ende. Also man kann auch einiges machen, aber wir sind schon vom Content her recht weit. Und Pillars of Eternity, wenn ich dazu wiederkomme, ist auch fast vom Ende. Dann bleibt nur noch Skyrim übrig momentan. Aber ich habe ja noch recht viele andere, die ich zu Ende führen müsste. Aber muss ich dann gucken. Also es wird auf jeden Fall ein recht großer Umschwung demnächst kommen, weil wenn drei Projekte fertig sind, habe ich entweder sehr viel Zeit, um noch mehr Skyrim zu machen oder neue Projekte anzufangen oder irgendwelche alten weiter. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich nochmal ein Video machen, wenn ich mich entschieden habe, was genau ich dann mit der Zeit anfangen möchte. Ja, okay. Ich spiele jetzt weiter Skyrim privat zum Entspannen und wir sehen uns bei meinen Videos. Bye, bye.